Moin, mein Name ist Matthias Groth, ich bin SPD-Europaabgeordnete und ich unterstütze die Initiative Stopp Hasspropaganda. Erst prüfen, dann teilen. Denn Extremisten sollten auch im Netz keine Chance haben, ihre braune Propaganda, ihre menschenverachtende Propaganda und auch irgendwelche komischen Verschwörungstheorien zu teilen und zu verteilen. Darum unterstützen auch Sie diese Initiative. Erst prüfen, dann teilen. Stopp Hasspropaganda. Stopp Hasspropaganda